Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich habe leider mein Headset jetzt nicht bei, da ich ihn zu Hause liegen lassen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Tätowierer. Zu Stechfreunde. Die Seite kann ich euch unten verlinken. Und da werden wir jetzt anfangen mit meinen Raben links und rechts in den Innenarm. Wie weit wir heute kommen, weiß ich noch nicht. Ich will aber unbedingt heute zusätzlich auch noch hier am Hals verziert Kabel, die hier im Stehen haben. Das ist mir verdammt wichtig. Nach der letzten Zeit und so. Ja, und dann wird jetzt praktisch die Serie anfangen. Vom ersten bis zum letzten Stich. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, heute Videos zu bearbeiten. Ich habe ja schon welche gemacht, extra im Voraus, dass in den nächsten Tagen was kommen wird. So ein paar Dampfervideos und in der Akkubar und hast mich gesehen. Also so ein externer Akku. Die Thumblade ist jetzt alles gemacht. Das muss ich nachher noch hochladen. Und habe bis jetzt am Abend dann noch bearbeitet gehabt und so. Und ja, das werde ich dann hochladen und dann so planen, dass es so in der nächsten Zeit online kommt. Das Video ist jetzt eigentlich nur als Information gedacht für euch. Damit ihr wisst, wie geht jetzt los. Ich spare weiter fleißig hin, dass ich weiter machen kann. Also tätowieren kann. Weil die Arme sollen fertig werden und danach will ich den Rücken anfangen. Ja, und dann mal gucken, wo noch Platz ist. Das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt. Und ja, ich habe auch Kamera hinten drin. Ich habe ja alles und Mikrofon und hast es nicht gesehen. Es ist alles bei. Ich habe auch das Einverständnis, dass ich da ein bisschen filmen darf. Also werde ich da dann auch zwischendurch ein bisschen filmen. Und euch das dann natürlich auch zur Verfügung stellen, wenn ich bei YouTube hochladen. Ich hoffe, ihr habt Freude dran. Weil ich habe ja schon vor ein Jahr davon hier redet, dass ich das gerne machen wollen würde. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, das ist mein Urlaubsgeld eigentlich. Aber ja, ich bin ja wieder alleine. Brauche ich nicht einen Urlaub fahren. Also Tochter ist zwar da, aber alleine schaffe ich es halt nicht. Enge Freunde wissen, warum ich nicht schaffe, alleine einen Urlaub zu fahren. Ja, geht halt nicht. Deswegen gehe ich auch auf keine Messe und so. Weil ich es nicht kann. Und ja, da hatte ich Geld gespart. Habe einen jetzt verkauft, immer gespart. Mein Geburtstagsheld, Weihnachtsheld habe ich alles schön angespart. Ja, und das geht jetzt für Tattoo drauf. Oder für die Tattoos, ja. Arme werden ja voll gemacht. Mal gucken, wie wir das dann noch verbinden. Ich habe so ein paar Motive, die ich unbedingt drauf haben will. Wie gesagt, mit dem Raben. Und der Cover-Up wird hier oben etwas teurer werden. Dann bin ich auch noch nicht schlüssig, was wir da und wie wir das am besten machen. Aber das wird auf jeden Fall geschehen. Ja. Und danach, wie gesagt, der Rücken. Und hier vorne will ich auch noch ein bisschen was haben und so. Dann muss man gucken, wie wir das machen. Hoffentlich ist noch Parkplatz frei. Ja, ist noch Parkplatz frei. Oh, nee, jetzt will der da hin, oder? Oh, aber ist noch Platz. Ist noch Platz. Ist noch Platz. So. Jo, dann wartet jetzt. Oh, ich gehe jetzt drin zum Tätowierer. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Videos. Ich wünsche euch viel Spaß bei vom ersten bis zum letzten Stich. Ich bin erstmal weg. Ahoi. Saloio Odin. Ich hab mich freundet ab. Meeit. Wie.